Herzlich Willkommen zum heutigen Workshop, meine Damen und Herren. Heute ist der 2. Oktober 2023 und manche Menschen meinen, es wäre ein Brückentag. Wir sehen das anders. Wir sehen den Montag als beste Möglichkeit, einen Workshop durchzuführen. Und wer sich jetzt gefreut hat, in Folge Claudia heute Abend zu sehen, den muss ich enttäuschen. Ich habe mich heute mal vorgedrängelt, aber mit Erlaubnis von Claudia. Renate und ich sind aus dem Urlaub zurück und fühlen uns wirklich sehr wohl, hier wieder was tun zu können. Wir müssen wieder ran. Aber ich sage Ihnen, der Urlaub war wunderbar. Zunächst erst noch mal die Frage, bin ich gut zu verstehen? Jetzt kommt die Akustik auch an. Ich schaue mal in den Chat. Bild und Ton ist gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, zweieinhalb Wochen waren wir unterwegs und jetzt gilt es wieder loszulegen für Renate und für mich. Es war ein schöner Urlaub in der Toskana und auch in Südtirol. Und ich möchte auch gleich beginnen mit einem großen Dankeschön an Claudia, die, wie ich meine, sich fantastisch geschlagen hat über die Zeit und es sicherlich ganz, ganz prima gemacht hat. Ich denke, Sie sind derselben Meinung. Also vielen Dank, liebe Claudia. Und heute danke ich beiden, nämlich Renate und Claudia, dass sie im Hintergrund mir helfen, ihre Fragen zu beantworten. Denn Sie wissen, nachdem es kurz eine Einführung gibt, mal sehen, wie kurz die heute wird, wenn ich blauere Tasche dabei bin. Denn ich habe mir viel vorgenommen, Ihnen mitzuteilen. Also wenn das abgelaufen ist, mein Vortrag, dann wende ich mich Ihren Fragen zu, die Sie im Chat bitte stellen können. Und Sie wissen ja, selbst wenn es mal vorkommt, dass wir mal die Fragen nicht beantworten können, dann kümmern wir uns um eine vernünftige Antwort und Sie bekommen dann alle die Antwort in Form eines Nachtrags. Also starten wir wie immer. Aber ich fange mal etwas anders an. Ich gebe Ihnen gleich mal die Files zum Download. Ja, ab jetzt können Sie die Files, also die Folien als PDF herunterladen, was ich vorbereitet habe hier. Viele machen das, um sich eine kleine Dokumentation zu schaffen. Und ich finde es auch gut. Wir selbst behalten auch unsere PDF-Folien bei uns. Ja, lassen Sie uns starten. Heute am 2. Oktober. Und Sie sehen das erste Bild wie üblich. Und das zweite auch wie üblich, nämlich folgender wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, es geht zunächst einmal um Ihre Rückmeldung, für die wir uns sehr, sehr bedanken. Ihre Rückmeldung sind überhaupt sehr gut für uns alle. Das gilt für die Positiven, die Erfolgsrückmeldung sozusagen, aber auch für Ihre Nachfragen an uns, wenn es nicht so wie erwartet funktionieren sollte. In jedem Falle kommt es zu einer Verbesserung der Methode Agilcare. Unsere Empfehlungen werden präziser. Auf freilicher Weise hat eine Vielzahl von Anwendern ihre Lebensqualität mit Agilcare verbessern können. Einige Anwender haben uns sogar mit der Mitteilung belohnt, ich zitiere, ohne Agilcare würde ich nicht mehr leben. Zitat zu Ende. Und das hat mich sehr berührt. Wenn auch Sie, liebe Teilnehmer, an diesem heutigen Workshop spüren, dass Sie mit Agilcare bereits zu besserer Lebensqualität gekommen sind, so könnte es auch sein, dass Sie es anderen Menschen, die Sie kennen, auch wünschen, dieses verbesserte Leben zu genießen. Wir wünschen anderen oder Sie wünschen anderen, natürlich auch wir, auch dieses Glück. Und es könnte sein, dass Sie eine Empfehlung für Agilcare abgeben. Und das sollte so gut für Sie sein. Sie sollten es auch so gut sehen, wie ich es jetzt in drei Punkten mal erläutern möchte. Erstens einmal, wenn Sie empfehlen, weisen Sie andere Menschen auf einen Weg hin zu verbesserte Lebensqualität, nämlich verbesserte Lebensqualität für diese Menschen. Zweitens, eventuell nutzen diese Menschen ihre Möglichkeit und kommen tatsächlich mit Agilcare zu besserer Lebensqualität. Schließlich drittens, dieser Erfolg, nämlich die verbesserte Lebensqualität von Menschen, ist auf Ihre Initiative erreicht worden. Agilcare verbreitet sich für verbessertes Leben mehrerer Menschen. Damit haben Sie eine Provision für 150 Euro pro erfolgreiche Empfehlung verdient. Und hier möchte ich ganz kurz, Sie sehen es schon die ganze Zeit eingeblendet, den Ablauf sagen. Sie nennen uns bitte den potenziellen Käufer. Sie vermitteln uns einfach bloß den Namen. Und wenn Sie noch nicht bei uns sozusagen eine Provision ausgezahlt bekommen haben, dann teilen Sie uns dabei auch Ihre Kontoverbindung mit. Das alles auf die eingeblendete E-Mail-Adresse support.ulrich-mtc.de. Wir reservieren Ihnen dann diese Empfehlung über 30 Tage. Im Fall des Kaufes in unserem Shop. Und ich möchte noch mal sagen, in unserem Shop. Wenn derjenige, dem Sie die Empfehlung gegeben haben, unseren Shop kauft, unser Shop lautet shop.schmerzen-stun.de, dann überweisen wir Ihnen nach 14 Tagen je Gerät 150 Euro an Sie, nämlich die empfehlende Person. Dieser Ablauf ist einfach, hat sich bewährt und hat sich so oft bewährt, dass ich jetzt an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön sage für diejenigen, die das bisher so benutzt haben. Ich bedanke mich aber auch bei den Anwendern, bei den neuen Anwendern für deren Vertrauen. Und hier eingeblendet, sehen Sie auch Ihre Möglichkeit mit uns zu kommunizieren, nämlich Ihre Fragen von uns beantwortet zu bekommen oder für konkrete Empfehlungen zur Anwendung für bessere Lebensqualität und es, also bessere Lebensqualität für Sie, in dem Falle für Ihre Anwendung, dann geben wir Ihnen wirklich konkrete Empfehlungen, die erfreulicherweise auch sehr häufig helfen. Immer geht es um die Eliminierung von Erregern, selbstverständlich. Und so haben wir wie eingeblendet das Ticketsystem, Live-Chat und das Forum. Da kommen Sie über den eingeblendeten Link ulrich-mdc.de slash support hin. Dann ist sehr beliebt unser Telefonservice montags bis freitags, nicht feiertags, also morgen nicht, zwischen 9 und 10 Uhr. Rufen Sie bitte die eingeblendete Telefonnummer an und lassen Sie nur einmal klingeln, das genügt, denn wir rufen Sie zurück. Es gelingt Ihnen meistens nicht ein laufendes Gespräch zu unterbrechen, deshalb wir rufen Sie zurück und das ist garantiert, der Rückruf ist garantiert. Und Sie können uns eine E-Mail schreiben an support.ulrich-mdc.de unten auch noch einmal eingeblendet. Sie haben als nächste Möglichkeit unserer Kommunikation die Workshops Montag, wie es jetzt gerade läuft. Und diese Workshops werden aufgezeichnet und Sie können auch in den Aufzeichnungen über zehn Tage noch Fragen stellen, die wir Ihnen beantworten. Und letzten Endes kommen ja auch, das haben Sie gemerkt, nach und nach auch die ersten Teile, nämlich die Vorträge der Workshops, kommen auch in unsere Beiträge, die Sie über unsere Homepage dann nachsehen und nachhören können. Ein Anwender, er gehört zu den erfahrenen, ich möchte auch sagen erfolgreichen Anwendern, berichtete mir heute telefonisch Folgendes. Er hat Schmerzen, hat mit Schmerzen zu kämpfen, die durch eine Zahnprothese verursacht sind. Seit drei Tagen, also vor drei Tagen hätte ich eigentlich schreiben müssen, hat er heftige Schmerzen im Oberkiefer. Und hat er die folgenden Anwendungen aus eigener Initiative her gemacht, nämlich C1347, ich wiederhole den Quellenkohlendex, C1347, Pyrrhoe, C1137, Schmerzen akut, ich wiederhole den Quellenkohlendex, C1137 und drittens C449, ich wiederhole C449, Zahn- und Kieferknocheninfektion 1, heißt die Anwendung. Und das hat er unter Anwendung der neuen Automation gemacht, nämlich der ununterbrochen diese drei Anwendungen nacheinander durchführt. Und siehe da, schon nach dem ersten Durchlauf, deutliche Besserung, jedoch immer noch Schmerzen. Deshalb hat er es am nächsten Tag wiederholt. Das brachte weitere Verbesserungen. Und so denke ich, wird heute Abend, ja, das geschafft haben, dass er schmerzfrei ist. Ich wünsche es ihm, sagen wir mal so, denn diese Anwendungen, die sind optimal. Ich hätte nur den Hinweis noch gebracht, dass er das Wasser markieren kann, mit den oben genannten Anwendungen, ja. Und er hat nämlich die Möglichkeit, das Wasser einfach zu markieren, während er die Anwendung über die Handelektroden simultan nutzt, schließt er einfach an den zweiten Kanal, er hat nämlich ein Parallel, an der Gekehrparallel, das hat zwei Kanäle, schließt er den zweiten Kanal die Haftelektroden an und klebt diese auf die mit Wasser gefüllte Glasflasche. Und das ist der Vorteil, den man eben hat. Unter anderem ein Vorteil, den man hat bei Agile Care parallel. Ich habe jetzt mal die Frontblende eingeblendet. Sie sehen also hier links den schwarzen Eingang auch mit A bezeichnet, einen schwarzen Ausgang auch mit A bezeichnet und rechts den roten Ausgang auch mit B bezeichnet. Und dort haben Sie eben die Möglichkeiten, wahlweise dann die Kabel anzuschließen für Haftelektroden zweimal oder für Handelektroden und Haftelektroden oder auch wenn zwei Personen damit arbeiten, für zweimal Handelektroden. Und das kann eben auch, wie ich jetzt gerade vorgeschlagen habe in dem Fall, zum Wassermarkieren sehr effektiv genutzt werden. Und dieses Wasser, ungefähr ein Liter, den man da markiert, den kann man dann über den Zeitraum des Tages nutzen und das im Mund auch etwas länger spülen. Und damit kann man sehen, dass man besser vorankommt. Und ich finde, das ist sehr, sehr ordentlich und sehr gut. Und weil wir dort mehrfach die Mikroorganismen über mehrfache Wege eliminieren können, die sich im Bereich der Mundhöhle des Kiefers bewegen. Und das war sozusagen ein Beispiel, was ich aus der letzten Zeit sozusagen aus dem heutigen Telefonat entnehmen konnte. Und hier möchte ich jetzt auf das Setup eingehen. Ich habe ja das Setup heute Morgen allen zugesendet. Das ist die Versionsnummer 807. Und in meiner Schrift an Sie in der E-Mail habe ich Ihnen gesagt, bitte nehmen Sie doch in dem Workshop teil, denn hier habe ich noch einiges dazu zu sagen. Auf jeden Fall steht in der E-Mail auch drin, dass die Erweiterung unseres Katalogs um drei Anwendungen erfolgt, nämlich um WEI 6.3. Ich wiederhole WEI 6.3. Und diese Anwendung heißt schwache Atmungskette, Komma Mithischondrien. Dann WEI 6.4. Ich wiederhole WEI 6.4. Mithischondriale Myopathie. Und drittens schließlich die Erweiterung WEI 6.5. Ich wiederhole WEI 6.5. Mithischondriale Erkrankungen. Also immer geht es um Mithischondrien. Und schauen wir uns doch mal die Bestandteile einer Zelle an, wenn wir hier über Mithischondrien reden wollen. Und ehe wir das tun, ehe wir die Bestandteile uns anschauen, dann hier nochmal eingeblendet, was ist in unserem Ablauf. Claudia hat diese Folie auch genauso oft schon verwendet wie ich. Und sie sagt doch ganz deutlich, auch grafisch dargestellt, es handelt sich immer um Sauerstoffmangel. Und unter Sauerstoffmangel können, und jetzt kommt es, die Mithischondrien keine Energie, kein ATP bilden. Und deshalb kippt die Zelle um und macht einen Ersatzstoffwechsel. Von links in der zweiten Spalte zu sehen, der Ersatzstoffwechsel kommt also ohne oder nur mit wenig Sauerstoff aus. Und das ist sozusagen die Rettung für die Zelle, dass es überlebt. Nur wenn das geschieht, in dem Ersatzstoffwechsel, mit dem Ersatzstoffwechsel verbunden, ist eine Veränderung des Milieus in und um die Zelle herum. Das heißt, wir verändern den pH-Wert dort. Das zieht Mikroorganismen in Dysbalans auf dem Plan. Und erfolgreich seit Dr. Reifs Forschung sind wir mit AGK her, um diese Mikroorganismen zu eliminieren, die Gifte zu entfernen und dem der Zelle, den Zellen, dem Organ dann schließlich, dann die Möglichkeit zu geben, wieder zu gesünden. Das ist der kurze Ablauf, das was wir anstreben und was wir erfolgreich schon seit Jahren können. Und wenn wir uns jetzt mal auf die Mitochondren beziehen, dann habe ich hier mal eingeblendet eine Pflanzenzelle. Das ist ganz egal, ob die Zelle von Pflanzen ist oder von Tieren. Und da sehen Sie rechts die drei angedeuteten in der Grafik blauen Markierungen. Das ist beschriftet mit Mitochondrien. Das sind die Mitochondren. Und in der Schule, da haben Sie sicherlich genauso wie ich gelernt in Biologieunterricht, dass wir die Mitochondren als Kraftwerke der Zellen bezeichnen können. Die erzeugen Energie, das wurde uns immer gesagt. Und diese Energie entsteht in der Form von ATP, nämlich den Adenosyntryphosphat. Und dieses ATP ist die Energie für alles. Ob eine Herzzelle sich kontrahiert und das Herz pumpen lässt oder ob Haare wachsen oder ob Gifte ausgefiltert werden in der Leber oder im anderen Organ, nämlich den Nieren. Oder wenn wir Denkleistung vollbringen beziehungsweise überhaupt unseren Körper vom Zentralnervensystem steuern. Dazu brauchen wir Energie. Dazu ist die das Kraftwerk der Zellen, nämlich die Mitochondren, gedacht. So haben wir das mal gelernt. Und ich nehme an, so haben wir es auch gelernt. Und die Mitochondren sehen so aus, wie hier, einmal aufgeschnitten. Und da sehen Sie eben einfach bloß ein geschlängeltes Etwas hier drin, was deutlich ist, an was Sie noch denken sollten. Und ansonsten ist, sagen wir mal, die einzelne Aufteilung hier nicht so bedeutend. Die ist so, dass die Mitochondren sind also in den Zellen drin. Wenn wir aber darüber hinaus gehen und mir ist es so gegangen, dass ich erst viel, viel später, schon Jahrzehnte, als ich aus der Schule entlassen wurde, erfahren habe, dass in den Mitochondren nicht nur das Kraftwerk ist, sondern dass auch dort unsere Erbanlagen sind. Mit der DNA sind sie dort enthalten. Und ich habe immer gedacht, das wäre im Zellkern. So habe ich es auch gelernt in der Schule. Aber das ist überholtes Wissen mit dem Zellkern. Nämlich im Zellkern verbleibt nur noch die Information zum Zelltod. Mitochondren sind also viel bedeutender als gedacht. Jetzt kommt noch hinzu, dass die Mitochondren neben ihrer Hauptaufgabe zu einer Gelieferung noch die alternative Funktion im Bereich des Immunsystems haben, nämlich zur Abwehr von Erregern, die die Zellen gefährden. Wer sich daran erinnert, ich habe das am 10. Juli dieses Jahres im Workshop besprochen, habe Ihnen das als neue Information gebracht. Für mich war sie auch neu. Und sie stammt aus einem Artikel von Dr. Rosmann aus der Zeitschrift. Und die Zeitschrift heißt Zeitenschriften Nummer 92 2018. Ja, also kam das noch dazu, dass wir dort Immunabwehr haben. Also entweder erzeugen sie Energie oder sie machen Immunabwehr. Ja, wenn man sich noch weiter mit den Mitochondren beschäftigt, dann stellt man fest, sie sind unerlässlich. Nämlich, sie stellen auch Hormone her. Sie dienen auch zur Calciumherstellung. Und da sollten wir ganz hellhörig werden, denn den Calciumstoffwechsel, den beschädigen wir ganz stark, indem wir uns den, oder können wir ganz stark beschädigen. Und das kommt zu Zellschäden überhaupt, wenn wir uns den pulsierten Frequenzen von zum Beispiel Smartphones oder WLAN aussetzen. Und schließlich hat, neben vielen anderen Aufgaben, auf die ich jetzt nicht noch eingehen möchte, hier an dieser Stelle, das mache ich an anderer Stelle, da gebe ich nachher noch einen Hinweis, hat ein Mitochondrium die Aufgabe, mit dem Zellkern zu kommunizieren. Nämlich zu bestimmen, wann der Zelltod eintritt. Das auszulösen, was dort kodiert ist im Zellkern. Und wenn dort Fehler passieren, dann gibt es kein Zelltod. Und wenn es kein Zelltod gibt, dann sprechen wir über Krebs. Mit dem Altern nimmt die Energie, die die Mitochondrien herstellen, ab. Dann fehlt mehr und mehr Energie. Zum Beispiel zum Abräumen von Schlacken aus den Zellen. Und wenn die nicht ausreichend abgeräumt werden, dann nennen wir das Altern. Überhaupt verstehen wir schnell, wie wichtig Energie für die Zellen ist. Denken Sie nur an Herz und Hirn. Dort sind a priori gleich viel mehr Mitochondrien in den einzelnen Zellen. Nämlich Herz- und Hirnzellen haben zehnmal so viele Mitochondrien eventuell, als zum Beispiel die Zellen der Knochen oder die Zellen der Haut. Wenn es an die Energie im Herzen geht, also wenn die fehlt im Herzen oder im Hirn, weil eben Mitochondrien geschwächt sind, dann kommt es zu gefährlichen Erkrankungen, nämlich Herzinsuffizienz oder Parkinson als Beispiel. Und das könnte ich jetzt auf andere Organe auch übertragen. Wenn Energie fehlt, dann kommt es zu schwierigen Situationen, möchte ich mal sagen. Und wenn Mitochondrien geschädigt werden, beziehungsweise eingeschränkt werden in ihrer Leistung, dann gibt es entsprechende Schlüsse, die uns nicht gut tun. In einer Studie der Uni Ulm, also der Universität Ulm, hat man Menschen mit Depressionen untersucht. Je stärker die Depression, desto weniger ATP. Das heißt, desto schwächer die Mitochondrien. Ich könnte es auch noch umdrehen. Weil die Mitochondrien schwach sind, gibt es die Depression, je ausgeprägter, je schwächer die Mitochondrien sind. Da sollten wir mit neuen Anwendungen eigentlich helfen können, wenn wir das alles hier hören. Und das gibt es auch, und ehe ich darauf eingehe, wie wir helfen können mit Agilcare, gibt es das auch überhaupt ganz verbreitet. Zum Beispiel bei Konzentrationsstörungen, bei Antriebsschwäche und bei Müdigkeit. Ganz klar, schwache Mitochondrien liegen dort vor. Ganz, ganz klar. Und das könnte ich wirklich ausdehnen auf alles. Denn alle Zellen hängen von der Kraft, von der Energie, beziehungsweise von der Leistung im Stoffwechsel oder bei der Immunabwehr von der Qualität der Mitochondrien ab. Ich stelle die Behauptung auf, dass immer die Mitochondrien geschwächt sind, wenn etwas in uns nicht optimal läuft oder wir krank sind. Diese Behauptung ist ja nicht überraschend, wenn wir daran denken, wie der Ablauf ist. Wir hatten ja vorhin gesagt, Sauerstoffmangel, kein ATP und dazu brauchen wir Mitochondrien. Wir brauchen die Mitochondrien ja Sauerstoff und der Sauerstoff ist nicht da, also Ersatzstoffwechsel. Uns kommt zu alternativen Energiegewinnung, wir nennen das Ersatzstoffwechsel. Also sind immer die Mitochondrien zu stärken in diesen Fällen. Dazu kommt der Fall, dass die Mitochondrien ihre alternative Funktion ausführen müssen, nämlich als Bestandteil des Immunsystems zur Erregerabwehr. Und wenn wir schon Erregerabwehr hören, dann geht doch ein Lächeln über unser Gesicht, denn wir wissen ja, das tun wir mit Agilkeia. Ja, also warum unterstützen wir nicht die Mitochondrien mit Agilkeia, ganz spezifisch? Wir haben Mitochondrien in allen Zellen, klar, denn überall wird Energie gebraucht, ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, wie unterschiedlich das verteilt ist. Aber auf jeden Fall sind es sehr viele. Zunächst einmal sind es sehr viele Körperzellen. Wir wissen überschlagsweise, mehrere hundert Milliarden Körperzellen hat der erwachsene Mensch. Und die Zahl der Mitochondrien in jeder Zelle, die kann zwischen 1000 und 20.000 liegen. Je nachdem, ja, Herz und Hirn habe ich gesagt, da liegen wir eher bei 20.000 pro Zelle und bei den Mitochondrien in anderen Zellen pro Zelle ungefähr 1000. Ich könnte noch mitteilen, dass sich viele Jahre die Biophysiker gewundert haben, dass die Mitochondrien mehr Energie abgeben, als sie aufnehmen. Nach dem Energieerhaltungssatz war das bis vor wenigen Jahren ein ungelöstes Problem. Wie kann jemand, der weniger Energie aufnimmt, mehr abgeben? Das gibt es eigentlich nicht, aber die Natur hat es gezeigt. Wir haben es immer wieder gemessen von Zellen, dass es die Mitochondrien schaffen. Und jetzt ist das eben gelöst, bis eben Physiker ermittelt haben, dass Mitochondrien aus dem Kosmos einfach verfügbare Strahlungsenergie aufnehmen. Also aus der Umwelt einfach verfügbare Strahlungsenergie aufnehmen. Und das, was sie aufnehmen, füllt gerade die Lücke, die man bis dahin gesehen hatte. Und zum Glück löste das das Rätsel der zusätzlichen Energie aus dem Mitochondrien. Eine hoch, hoch interessante Geschichte. Und ich will nicht heute Abend darüber noch länger über diesen Bereich sprechen. Aber ich verspreche Ihnen und denjenigen, die zum Agile Smart gehören, also unserem Infodienst, die dort Abonnenten sind, dass wir demnächst eine Kursfolge haben, dass wir das lernen und auch lernen, wie man damit umgeht. Und lernen, wie man damit sein eigenes Leben verbessert. Das ist also hochinteressant und aufregend. Und ich möchte Ihnen dieses Wissen also über Agile Smart dann weiter vertiefen. Ich könnte noch viele Dinge mitteilen zu den Mitochondrien. Immer wird es beweisen, dass sie nicht nur unerlässlich sind, sondern dass es sich lohnen kann, sie zu unterstützen, diese Mitochondrien. Sie sind geschädigt oder schwach. Sie sind Erreger in Dysbalance im Spiel. Ganz klar, das wissen wir längst, wo wir ja schon Jahre diesen Zusammenhängen nutzen mit der Anwendung von Agile Care. Da fällt es uns also doch gleich ein, Agile Care umzusetzen und zwar ohne Risiko. Nämlich in der Form, wie wir es gesagt haben, nur eben, dass wir jetzt auf diesem Weg die oben genannten Anwendungen WEI 6.3, WEI 6.4 und WEI 6.5 in unseren Katalog integriert haben. Das haben wir gemacht. Erworben haben wir dieses Frequenzmuster übrigens bei Reifzentren, mit denen wir international kooperieren. Das ging wirklich reibungslos. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, was wir eigentlich bisher wissen. Wir wissen zu den einzelnen Anwendungen nur so viel, dass wir empfehlen, sie alle drei durchzuführen. Denn alle drei könnten sich auswirken auf die Bereiche dort, wo es darum geht, dass wir erkrankt sind, möchte ich mal sagen, dass wir geschwächt sind, dass wir dort auf der Grundlage dieser hier eingeblendeten Grafik dort zu eliminierende Mikroorganismen haben, was uns auch gelingt. In dem Falle eben ganz besonders positiv für die Mitochondrin. Das habe ich hier einmal eingeblendet, dass wir also diese drei Anwendungen aus unserem Katalog anwenden. Ich empfehle dazu, Automation zu nutzen. Automation, da können alle diejenigen damit umgehen, die die Version 8 haben, die wir schon seit Monaten Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt haben wir schon, und ich rede die ganze Zeit ja schon über die Version 8.0.7. Also dort könnte es sich lohnen, die Automation zu benutzen, weil wir dort eben keine Pausen haben und weil das Effektivitätsgewinn verspricht. Natürlich gilt das für optimale Randbedingungen, vor, während und nach den Anwendungen. Und ich möchte Ihnen das jetzt einmal demonstrieren, damit Sie mich auch noch besser verstehen, was ich damit meine. Ich will mal sehen, ob mir das technisch gelingt, Ihnen meinen Bildschirm zu teilen und dass Sie dann damit auch sehen, und ich mache das auch entsprechend Schritt für Schritt, wie ich denke, wie man vorgehen sollte. Ich halte das aufgrund der, das müsste eigentlich jetzt klappen, ich halte das aufgrund der Bedeutung der Mitochondrin für ganz, ganz wichtig, ja. und möchte das jetzt starten. Agile Care Pro heißt ja seit einiger Zeit unsere Software. Ich akzeptiere und habe jetzt hier den ganzen Katalog vor mir liegen und kann jetzt hier oben in diesem Feld, was da auf Deutsch lautet, Anwendung oder Quellcoding für suchen, da gebe ich einmal Mitochondrin ein und ich mache mir gar nicht die Mühe, das ganze Wort einzugeben und schon erscheinen dort, ohne dass ich noch was anderes tue, die drei Anwendungen, ja. Und diese Anwendung, fangen wir an mit der WI 6.3, die habe ich durch Doppelklick hier aufgerufen, Sie sehen, die geht 25 Minuten und hier rechts finden Sie das Feld zu Favoriten hinzufügen. Ah, die Favoritenliste ist voll, also muss ich die, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen, löschen, dann lösche ich mal drei. Da habe ich wieder Platz. Ich mache einfach Doppelklick und gehe dann auf das Feld löschen in Favoriten. So, jetzt gehe ich wieder in den Gesamtkatalog, habe diese Sache ja schon ausgewählt und mache das nochmal und kann jetzt zu Favoriten hinzufügen. So, und da habe ich das drin, mache die WI 64 mit dem Doppelklick, versehe ich sie, bringe den Klick hier rechts zu Favoriten hinzufügen und schließlich die WI 65 und zu Favoriten hinzufügen. So, und jetzt klicke ich oben auf den Reiter. Sie sehen oben die vier Reiter, einer heißt Gesamtkatalog links, dann Favoriten, dann Automationen und dann Einstellungen. Ich klicke auf Favoriten, dort habe ich unten angefügt die drei gewünschten Anwendungen und schaue schon mal auf Automationen, ob ich noch eine habe, die leer ist. Bei mir ist keine leer, also nehme ich mir die Automation 1, Doppelklick und sehe hier Löschen der Automation. Ich lösche die, fragt nach, wirklich löschen, ja. Und dann sehen Sie, unter Automation 1 ist keine Anwendung, während unter Automation 2, 3 und Automation 4 Anwendungen sind. Und deshalb gehe ich wieder zu Favoriten. Ich weiß, ich möchte meine Anwendungen in die Automation 1 bringen. Dann mache ich ja einen Doppelklick auf WI63 und dann habe ich hier oben ja diese vier Schalter plus Automation 1. Die hatte ich ja geräumt, deshalb klicke ich da drauf und sehen Sie, so wie ich da draufklicke, steht dann schon diese Anwendung da. Gehe wieder zu Favoriten. Nehme die Automation, äh, nehme die Anwendung WI64, Doppelklick zur Automation 1 und dasselbe mache ich, oder das gleiche mache ich bei WI65. So. Und wenn ich jetzt hier sehe, ich habe alle drei Anwendungen mit durch Jön drin, ich habe irgendein Problem und ich behaupte mal, mit diesen Anwendungen WI63, WI64, WI65 haben wir gute Chancen, das Problem zu lösen. Dann machen wir einen Doppelklick auf Automation, dann sehen Sie, es ist die Zeit insgesamt 1 Stunde 15 Minuten. Sie sehen nochmal aufgelistet WI63, WI64, WI65. Und wenn ich jetzt auf Starten gehe, dann würde nacheinander, würde das funktionieren. Ja, das ist das, was ich zeigen wollte. Und Sie wissen ja auch, jetzt ist, weil ich noch nicht gestartet habe, das Bildchen Pause da. Sie könnten also auch kurz mit einer Pause, die vielleicht von Ihnen von außen auferlegt wird durch Toilettengang oder weil der Lieferdienst an der Tür klingelt, können Sie auch eine Pause einrichten. Das wissen alle die, die mit der Version 8 schon bereits gearbeitet haben. So, ich hoffe es, Sie konnten mir hier folgen, dass ich das Schritt für Schritt gemacht habe und Sie haben dadurch eine Anregung, wie Sie hier vorankommen und wie Ihnen das helfen kann für die Lebensverbesserung, für die Lebensqualitätsverbesserung auf der Grundlage dessen, Ihres Wissens, dass wir nun wissen, WI63, WI64, WI65 unterstützen die Mitochondrin und bei jeder Erkrankung, bei jeder Einschränkung, bei jeder Baustelle sind die Mitochondrin ja beteiligt und Ihnen ist zu helfen, wenn man Adelkehr hat. Also, ich wünsche Ihnen damit viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Sie über Ihre Erfahrung damit berichten, dann in den einzelnen, speziellen Fällen. Ja, jetzt bin ich soweit, dass ich, Moment, ich mache das ordentlich. Claudia, das sagt bestimmt, ich muss das ordentlich machen. Indem ich das hier noch einmal aufzeige, wo ich stehen geblieben war und komme jetzt zu der wichtigen Folie, was sozusagen ein Start bedeutet für die Beantwortung Ihrer Fragen.